Ja, das kommt davon, wenn man einfach mal in die Dunkelheit springt. Wir sollten dann doch zusehen, weiter im Tech Tree etwas voranzuschreiten, bevor wir irgendwas anderes machen. Ja, das stimmt. Einfache Rüstung uns zulegen. Hey, das war gerade geil. Schöner Double-Hit von uns. Ja. Wow. 720 No-Scope. Ähm, ah ja, mhm. Ich weiß ganz genau, was du meinst. So, was ich auf jeden Fall mal mache, ist hier den Karren mitnehmen. Ist auch ein schönes, transportables Bett. Ja, genau. Das Bett kann nicht schaden. Ich bin übrigens sowieso schon wieder halb tot. Oh, ja. Dann packe ich mal die Bandages hier hin und dann fresse ich die mal. Nein, ich wollte doch keine... Hast du jetzt echt gegessen? Irgendwie sieht es zumindest so aus. Na gut. Ah, er trifft mich natürlich voll. Die Sau. Cheatet doch. Ha, ich hab getroffen. Ha, ich hab das Fleisch gefangen. Super, Teamwork. Dann hoffe ich doch mal, dass es hier auf dem Planeten noch Eisen gibt. Ähm, was hältst du eigentlich davon? Ich mein, wir haben ja jetzt... Oh, oh, oh. Da muss ich aber mal kurz zuschlagen. Ähm... Ach, er hat was an der Axtuschi da. Genau. Wir haben ja jetzt schon ein paar Essensvorräte. Und wir haben ja schon eine Spitzhacke. Was hältst du denn davon, wenn wir einfach mal, äh, demnächst... ...oder jetzt gleich mal uns unter die Erde buddeln einfach. Das klingt gut. Ein paar Fackeln sind ja aus dem Schiff noch dabei. Ja, und... Damit müssten wir ein Stückchen weit kommen. Am besten dann... Am besten schafft es ein Haus runtersbelanken, ne? Genau. Mit dem Holz können wir uns ja auch neue machen. Kohle finden wir unten, denke ich mal. Denke ich auch, ja. Na, wunderbar. Dann, äh... Genau, nutzen wir einfach das Haus dann als Basis. Äh, äh, ich will hier raus. Warum hauen die? Ich hab doch nix. Kommt doch her hier. Kommt doch her. Wo seid ihr? Woh! Wir brauchen Rüstung. Du bist schon wieder kaputt? Ja. Du musst geschicklich sein. Du musst die quasi ausmanövrieren, die Gegner. Ja, das... ...hab ich bei Binding of Isaac auch nicht so wirklich drauf. Wenn ich immer ausweiche, dann immer direkt ans Feuer rein. So, einen hab ich. Äh, der andere ist, glaube ich, doch. Der ist aggro. Komm doch her. Komm her, wenn du was willst. Und verschwinde nicht in der Dunkelheit. Na gut, wenn er abhaut, dann... ...mampfe ich mal, äh... ...noch ein paar Bandagen. Und hier ist noch einer. In unserem Haus. Oh. Ich pass mal eben das Mikrofon meiner entspannten Sitzposition an. Also bitte mal kurz die Ohren zuhalten. Entspannt? Ich kralle hier gerade die Hände überall hin. Ja, ich bin etwas tiefer in den Sessel versunken, weil das... ...das mache ich einfach nach einer Weile meistens am PC. Okay. Das stimmt natürlich die Ausrichtung des Mikrofons. Oh, Hilfe. Also, Knockback ist ja ein Scheiß dagegen. Oh, shit. Die scheinen sich ja aus Lehm zu formen oder sowas. So, ich hab mal geerntet. Das sah nämlich aus, als wären die wieder reif gewesen. Oh, aber nur zwei Seats. Das ist... Warum ist die Tür offen? Und warum sind die Gegner? Warum ist der Glatt durch mich durchgelaufen? Der hat mich im Wobeilauf dem Zelt ermordet. Ach, wunderbar. Ich leg mich mal schlafen. Und warte, bis du kommst. Dam, 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 dam. Ach, die schöne Nacht genießen. Und die brennende Tonne im Haus ist auch sehr schön. Und, äh... Das ist ja richtig. Ja. Es hat so richtigen Camper-Charme, obwohl wir noch im Haus sind. Wo ich doch ein bisschen ein schlechtes Gewissen hab, dass wir den armen Obdachlosen-Sölden an die Tonne geklaut haben. Ach, ich glaub, die stört das gar nicht mehr. Ob so ganz freundlich waren die auch nicht wirklich. Ich glaub, die stört das gar nicht mehr. So, ich schau mal nach, ob wir hier noch irgendwas bauen können. Was braucht denn so ein Distress-Beacon eigentlich? Oh, der braucht eine ganze Menge. Da müssen wir auf jeden Fall, äh... noch einiges aus den Untiefen holen. Okay. Vorher würde ich wirklich sagen, Holz- oder Eisenrüstung in irgendeiner Form. Ja, das ist, äh... Wenn du mir sagst, wie? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, das geht noch gar nicht. Eventuell kriegen wir ein Rezept dafür, wenn wir das erste Metall geerntet haben. So, meine Fackeln. Ah, ach so, nee, der ist ja lieb. Ähm, was ich gerade noch suche ist... Ach so, ich wusste mein Essen mal vorher. Ich suche noch Dreck. Dreck kann man immer gebrauchen, denn mit Dreck mach ich jetzt hier einfach mal die Luke dicht. Auch die Tonne kann kochen. Echt? Das ist ja cool. Sehr praktisch. Oh, ich hab Weizen. War das deins? Weizen? Ähm, ja, nicht unbedingt. Ich hab selbst auch noch Weizen. Ah, ich hab hier schon mal ein bisschen das Silver-Ohr. Na gut, aber damit können wir jetzt auch noch nicht viel anfangen. Hab ich ein paar Samen scheinbar bekommen. Na, ich würd sagen, das Ohr erstmal ab in den Ofen. Weil hier gibt sich was draus. Hm, ja, wahrscheinlich... Äh, ein paar Barren. Du siehst, gelb. Schön natürlich gefärbt. Oh, ja. Der zieht sich hier vor meinen Augen aus. Das ist irgendwie auch nicht so das, was ich... ...wollte, aber... Kannst du mal... ...schauen, guck mal, das sieht aus, als hätte ich so ein Pyjama an. Ja. Aber in Wahrheit bin ich nackig. Ach du Hilfe. Nicht mal unter der Hose. Woooo! Woodstock! Yeah! Nicht mal Eier. Ach, die sind... Bei Fischen sind die versteckt. Ach so. Klappe jetzt. Ich dachte schon, schwerer... ...schwerer Unfall am Klettergerüst war sowas. Ich bin ein sehr männlicher Mann, ja. Oh, das ist hell. Oh ja, schön. Ach, guck mal hier, dann können wir uns doch glatt mal noch ein paar, äh... ...ein paar Ranken ernten. Ein paar Ranken ernten. Und gleich hier schon wieder Actionmusik, aber ich sehe nichts. Ah ja, die müssen erst runterfallen. Das ist natürlich bei niedriger Schwerkraft besonders schnell. Ja. Oh, du stehst da übrigens gerade auf was. Oh, das könnte... Ist das Stein oder ist das Eisen? Das ist Eisen, glaube ich. Das ist Eisen, ja. Hallo? Ich finde nämlich, dass kein Pop-Up kommt, wenn ich was aufhebe. Ich war der Meinung, das kam mal, wie bei Terraria früher, dass man... Ich habe auch Pop-Ups, aber du nimmst einfach nichts auf. Das heißt, du mopst mir einfach alles. Ach, ich? Nee, selbst wenn ich was bekomme, habe ich keine Pop-Ups. Das ist irgendwas. Habe ich das ausgeschaltet? Ich glaube es ja nicht. So, hier kommen, falt mal runter. Nee, da war ich nicht dran. Sehr ulkig. Na gut, ich such mal irgendwas, was nicht nach Steinen aussieht. Das ist gut. So, das sollte, glaube ich, erst mal für die nächsten... Das könnte Kohle sein. Das sieht wie Kohle aus, ja. Sehr kohlige Kohle. Das ist Kohle. Und das habe ich gerade gesehen, das ist unten am Bildschirmrand, wo ich gerade noch nicht hingeguckt habe. Ach so. So, okay, dann würde ich sagen, buddeln wir uns doch einfach mal irgendwo rein, wa? Ich gehe mal das mal aus, was tiefer die meisten Mineralien gelegen sind. Ja, das wäre... Das wäre logisch. Also Sinn entgegen Minecraft-Regel Nummer 1, einfach mal senkrecht nach unten zu buddeln. Okay. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Menge Wasser. Hier möchte ich mich eigentlich nicht unbedingt nach unten buddeln. Der Vorteil ist natürlich, dass man hier wenig Fallschaden nimmt bei der Schwerkraft. Ja, das stimmt. Man kann bei dem Spiel auch zu Tode fallen. Blub, 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 blub. Oh, ich glaube, ich habe an Eisen vorbeigebuddelt. Dann gucke ich mal eben, Wundenplattform. Ich hoffe, ich ertrinke jetzt gerade nicht. Plattform, Plattform, wo ist denn die gelandet? Was? Ah, mein Lange. So, ich buddle mich jetzt mal nach unten. Schwein, ich hatte gerade was gefunden. Den Sinn des Lebens? Na, so ähnlich. Oh, ich habe ja auf jeden Fall auch irgendwas. Ich tappe hier, glaube ich, Kupfer. Ach ja, da war ja was. Da gab es ja einen schönen Trick. Ich hoffe, das funktioniert noch. Was denn für ein Trick? Mal schauen. Mist, geht nicht mehr. Man konnte früher in den Hintergrund einfach reinbuddeln und dann ist das Wasser dahin entfleucht. Ach, tatsächlich? Das ist ja, das ist ja cool. Nette Idee auf jeden Fall. Das kann man auch immer noch, aber das funktioniert nicht mehr. Das Wasser läuft nicht ab. Okay. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Gesteinsschicht. Jetzt kommen wir wieder mal zu einer Erdschicht. Ja, ich hatte ja Eisen und Kohle, bevor ich geflutet wurde. Da komme ich jetzt gerade nicht ran. Entschuldigung, aber das war gerade so verlockend. Ah, ich sehe wieder was. Ach ja, und jetzt wieder eine Gesteinsschicht. Ich mache hier mal noch ein Lichtelein hin. Da muss man auch gut aufpassen bei Ärzten. Manchmal sind im Hintergrund auch Ärzte eingebettet. Echt? Das ist ja interessant. Und gemein. Nö, eigentlich nicht. Die kann man ja auch ernten. Aber da muss man ja aufpassen. Das ist ja doof. Einfach so die Aufmerksamkeit zu verlangen vom Spieler. Fatales Verbrechen. So, was haben wir hier? Kohle und was ist das? Ich buddel mich mal von oben. Ich komme mal da. Ach du Hilfe. Oh, die Schwerkraft ist nicht groß genug, um Schaden zu machen. Okay. Egal wie tief man fällt, das ist gut. Gold! Oh! Oh, und giftiges Wasser. Hast du gerade auch gemerkt? Ein bisschen giftig, ja. Aha, okay. Aber hier sind Schätzchen. Hier sind komische Glitzer-Essenzen. Nein, da ist so eine kleine Mini-Pfütze, ey. Scheiße. Ich glaube, ich klappe mal mein Mist. Boah, alles voll mit giftigem Wasser, ja. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Wir sind freundliche Hüllenbewohner. Und mehr Gold. Ich komme... Nicht wegen den Hüllenbewohnern, nee, wegen dem Gold natürlich. Das wird schwierig. Hui! Das Gold ist nämlich weg. Oh, äh, ja, mit... Please vorsichtig sein, der bröselt mal eben. Ja, hab ich gerade gemerkt. Ich hab schon Leute begraben sehen davon, also... Echt? Da muss man aufpassen mit. Besonders witzig, wenn man hier irgendwie... Oh, ne Pfütze. Ne winzige Pfütze. Du hast den Sand. Ah, Hilfe. Ich muss hier weg. Natürlich bin ich aber vorher auch noch in die Pfütze gerannt. Das ist, äh... Aus Solidarität natürlich nur. Ähm, ich glaub... Ich glaub, ich hab zu wenig HP für die... Oh, Schwein gehabt. Jetzt hat er mich fast dahin gerafft. Kann der irgendwas? Hallo? Nö. Das ist nun... Nun irgendwas. Es ist ein irgendwas. Da müssen die Eltern auch besonders stolz gewesen sein. Ja. Und hier geht's noch tiefer. Auf jeden Fall ist hier irgendwas. Und dann mein... Sand, Kohle. Fackeln sind alle... Oh, dann müssen wir neue bauen. Ah, Alter, geht das hier grad tief runter. Huiuiuiuiui. Zum Glück kann man die... Kulturell schätze die hoch haben, die in den Schwert plündern. Ruckelt gerade etwas bei mir. Ja, hatte ich auch grad kurz. so so kommt man halt auch dahin ich glaube hier riecht es nach eisen das ist eine schöne große ader okay dann macht dich ruhig schon mal ich bin gleich da ich habe nämlich ein bisschen silber gefunden das können wir auch gebrauchen alter schwede was ohne ein kupfer war nur kupfer ja alter schwede was haben wir denn hier gefunden das blöde man spiele spielt wo das eisen kupfer eine farbe hat ja ja es ist ja auch eigentlich so also eisenerz ist ja rostig aussehen ja ich habe auch keine keine fackeln mehr denn muss ich glatt mal gucken dass ich mir welche baue silberrohr gab es ja auch noch so 30 stück einmal gemacht und wieder alles sehr sehr wässrig hier sehr wasserlastig okay und muss nicht mehr mannen der trifft mich aber auch immer huch komm oh ein kleiner stego irgendwas hat der überhaupt einen kopf und rüssel ding was war das denn ein steg rüssel los ein steg alter die klauen mir das fleisch die scheiß fische was ich habe gerade vier legt das fleisch ist ins wasser gefallen die fische haben das fleisch weggefressen auch nicht gut dann würde ich sagen wir besorgen neues fleisch naja nicht nicht all mein fleisch aber das fleisch zumindest was das vier hat fallen lassen ach so ja gut das ist natürlich eine idee haben nix getroppt verdammt nach dass auch kupfer da jawohl daraus kann man glaube ich vielleicht rüstungen machen oder das wäre gut möglich ja achtung giftiges wasser doofe suppe warum geht die denn jetzt hier nicht so dann halt so ich nehme an dass die welt nach lädt wenn man hier neue bereiche betritt okay deswegen das leichte leck ich war sehr weit runter gefallen dem moment das macht zumindest sind jetzt hatte ich gerade auch kurz eine lecks bike war immer diese kleinen mini ich bin schon wieder ach nee da links wo das vergiftet ich bin nicht vergiftet aber wenn ich würde wäre ich jetzt tot ok warte mal so und dann machen wir doch mal einfach ohne kiste so auch wenn da jetzt schöne dinge unten sind aber energy des blueprint ist ja interessant wie lernt man die du musst die nehmen und dann auf deinen charakter klicken glaube ich einfach benutzen okay ja eine luft klicken recht völlig aus ach so bei terraria schon das erkennt auch ein paar der parallelen denn die terraria entwickler beziehungsweise einer von denen ist nicht ganz unbeteiligt einem spiel aha so viel konnte ich zumindest noch eine kiste ich bin ein super gestiegen ich bin dann gleich ne fiebel digger deflector kapper ohr gold ohr schön kann ich das hier ach so naja es ist ein zweihandschwert na gut oh ich lebe noch du lebst noch ja ich könnte aber auch mal eine bandage gebrauchen die wäre jetzt hilfreich wie macht man die noch mal die kannst du im crafting menü einfach aus diesen pflanzenteilen machen ich sehe es gerade ja dann mache ich mal ein paar von manchmal zehn ach so habe ich gar nicht vier kann ich machen mache ich vier sehr schön dass man alles mit einmal machen kann und hier ist noch erz hier ist noch eisenerz versteckt im stein oh ja dann kloppt das mal ruhig raus das ist ein silberfarbener brocken der leicht rostig aussieht das müsste eisen sein ja ich glaube auch super die scheiße hier tatsächlich reisen greift denn aber auch alles an nur weil man wieder sein schwert da in den körper rammt also hier sind zwar große höhlen aber irgendwie so richtig was was tolles habe ich hier noch nicht gefunden ehrlich gesagt pixel aber auch da auf der neue pixel geld 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 okay man nimmt eine bandage und dann halt über zeit gut jawohl genau alles klar ich habe zwei gegessen weil ich dachte da passiert ja gar nichts ich wollte sie eigentlich noch sagen aber dann war ich vom gold abgelenkt oder von den pixeln besser gesagt pixel was habe ich getan oh alter ein bisschen weg springe da sind ressourcen oh gut so kann man die auch frei legen die gehen sonst kaputt die fallen runter ja ich könnte sein dass die kaputt gehen aber naja einigermaßen gerettet habe ich ganz geplant hier ist auf jeden fall noch eisen ja mache ich immer so eine schutzschicht und dann kannst du das auch nehmen oh ja das geht noch weiter runter so dafür nehme ich mir hier wieder die pixel so ach das ding das lasse ich da jetzt einfach mal okay denn au das habe ich ja total übersehen hier was hier habe ich glaube ich gerade noch eine große kupferader oder 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 so ähnlich gefunden ist das hier eigentlich silber oben oder was das sieht ein bisschen komisch aus so ich buddeln mich mal großzügig von oben rein was ist das hier eigentlich ist die dirt ist die erde hier unten etwa andersfarbig das ist auch dirt dirt und dirt in zwei farben ist ja voll dörte hier oh was haben wir denn da das sieht eisig aus hier hat sich doch gelohnt hier einfach mal rein zu gehen eisig beschreibt ja was anderes es müsste dann eigentlich eisinnig oder sowas sein eisinnig aber da ist ja das wort nicht mit drin das ist ja dann eisig ist ja ist ja mit eis mit eisen müsste es dann eisinnig sein ja deutsch eisinnig eisenhaltig wenn wir uns jetzt ja sagen wir mal rostig sagen wir einfach mit wertvollen mineralstoffen ähm ja ich wurde ein bisschen gehauen ich wollte eigentlich gar nicht runtergespringen hör los schlag die hacke da will einer mein freund sein ja die musik wird auch sehr freundlich ja das ist die kuschelmusik das verstehst du nicht das ist das ist die kuschelrock der zukunft ja oh hier ist ja noch mehr der will nur flirten das ist nun bald Tanz wenn der mit dem Clown schwingt ja der will doch nur spielen na 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 ja auf jeden fall habe ich hier schon recht glück was rohstoffe teilweise angeht habe ich meine Bandagen schon alle verbraucht das gibt es ja nicht ich kann keine neuen machen ich werde mit der nächsten gelegenheit wieder pflanzen ernten jawohl äh ich wollte eben bescheid sagen wir sind jetzt knapp eine stunde bei der aufnahme ah ok mit dem unfall oder ohne mit äh ohne also mit dem unfall knapp eine und eine viertel stunde ja gut dann ist glaube mein dramatischer tod eine gute gelegenheit eine pause einzulegen ach komm das hast du doch jetzt extra gemacht ich wollte eigentlich nur vorbei und ich dachte der ist ganz lieb und der war dann doch nicht lieb ich glaube hier unten ist gar nichts lieb hin und wieder schon aber im Zweifel sollte man doch lieber das Schwert zücken ich feite hier gerade deinen Kampf noch zu Ende ha aus der Luft geschossen so ok was hältst du denn davon wenn wir jetzt hier einfach mal eine Aufnahmepause machen das ist eine gute Idee ich verbraketiere mich in dem Haus ein paar Fackeln mehr damit es mir besser geht so ich baue mir auch gerade einen Schutzwall und äh dann findest du mich beim nächsten Mal einfach und eine schöne wunde Pilzkiste aufstellen das beruhigt ich war nützlich ich hab eine Kiste gebaut sehr schön das freut mich du mobsst aufgestellt gut alles klar dann würde ich sagen wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder ich hoffe es hat euch bis dahin Spaß gemacht ich denke mal ich kann sagen dass es uns auf jeden Fall Spaß gemacht hat bisher ist echt ein interessantes Spiel und ich bin gespannt was sich uns hier noch für Möglichkeiten eröffnen werden aber dann halt beim nächsten Mal bis dann tschüss bis dann Vielen Dank.